Ah, 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 oh je, Mini, abdee, 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 nein, nicht, hallo Schwester, war ich das etwa? Viel Spaß! Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video, heute Teil 2. Ja, wir machen wieder diese wunderbare Kopfschuher-Challenge mit der wunderbaren Margaret Rothweiler. Ja, und ich bin gerne dabei, hallo. Und das ist der zweite Teil wegen des großen Erfolges. Wir haben schon eine Runde hinter uns. Machen wir das so, fangen wir so an? Okay, ich bin bereit. Tristan! So ähnlich. Festtag! Geldsack! So ähnlich. Gesang! 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 Ah, das ist schwer, weil es so mit zwei Silben ist schwer. Sonntag! 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 So lang! Sonntag! So lang! Sonntag! Sonne! Sonde! Sonne! Sonne! Aha, Sonne! Leute! Jetzt bin ich wieder. Ja, voll. Mhm. Ah, Gary, Gary, Taxi, Gary, Gary, so lang, nee, Gary, Fazit, Gary, das ist zu schwer, Gary, 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 Name, Daffy, tut mir leid, mein Schneckerisch, also, Abend, Sammelbecken, Das ist echt zu schwer, das war's, vielen Dank, Ja, ich hoffe, es hat Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal, tschüss! Oh, schade, das war's schon mit dem Video, aber es gibt noch viele weitere Koralle-Videos, Und ihr könnt auch gerne den Kanal abonnieren, wenn ihr's möchtet, ha, 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 eure Stimmen unter Wascher. Juhu!